Bei mir ist es auch nicht so stark. Nee. Ich hab mehr Strange wie du. Ja, du bist Stranger wie ich. Ja, hohoho, warte. Der war gut. Was jetzt? Das ha-ha-ha Wortwitz oder das Wortwitz? Keine Ahnung, erst dachte, hoho, dann geht mal Wortwitz. Aber irgendwie war es doch witziger, als ich gedacht habe. Ähm, was mussten wir eigentlich nochmal machen? Äh. Achso, achso, nee, ich dachte irgendwie was von wegen Kröten töten oder so. Nein. Nur mit Schwarznabe dann. Ist mir doch nicht irgendwie durch? Wasser. Wasser. Wasanje. Wasanje? Was? Das ist cool, hier kann man das Seil durchtrennen und dann fliegt es ins Wasser. Und dann schwimmt es da so. Ja, und das bringt uns nichts, aber es sieht toll aus. Ja. 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 Ah, mein, weg. Ich kann es nicht mit meinen magischen Falten doch. Ja, es schwimmt. Sowas, sowas ist eh das coolste. Ah, hier kommt der doch, oder? Ah ne, wir sind, hier kommt der dann und dann sind wir mal zurückgelaufen. Äh, und haben uns hinter der Mauer versteckt, das weiß ich noch. Ich hab mich hier leise Angreifer erhalten. Was bringt mir das? Ein bisschen leise Angreifer. Achso, von hinten. Ja, von hinten. Ja. Ja. Die Japanenten-Kills. Mach das so leichter angreifen. Wow, ne. Ja, weißt du noch, dass wir hier immer hinter der Mauer warnen, wenn wir was direkt wären, aber es trotzdem noch geschafft haben? Ja, wir müssen dir in deine Fresse hauen. Du hast ja auch Karo. Achso stimmt, wir müssen dir in die Fresse hauen. Komm her, komm her, komm her. Sonst du willst doch nicht anders. Ich hab die Leine. Deine Beine. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte kein Lagerfeuer machen, Mann. Ach, getroffen. Ach, nochmal getroffen. Und ein 3. Mal. Verdammt, dein Leben. Wie auch zu geil. Zweimal hintereinander. Nein, ich hab Trank genommen. Nein, ich will die Fäder nicht einsetzen. Was machst du denn? Ich will das machen. Verdammt. Ah. Klug ist Kevin. Ah, verdammt was. Da ist es ab. Boah, ist der hässlich. Das hat er gehört. Das hat er gehört. So sauer auf mich. Nein, 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 ich bin tot. Weh, du verreckst jetzt. Ich weiß nicht. Ich mach. Ich mach den. Ich mach den. Jetzt kann er uns nicht mehr umwerfen. Aber dich immer noch töten. Ich mach Gott der Göttin. Ja. Das macht hier zu viel Schaden. Was ist das denn? Der hat mich gewonnen. Mit dieser Attacke. Alter, du weißt, dass ich kein Leben hab danach. Dann geh aus dem Weg. Ah, ich weiß. Hier haben die hintergestanden. Ja, stimmt, hast recht. Ja. Ey und, scheiß. Wieso macht der so viel Schaden? Das ist doch nicht normal. Das ist der König. Ja und, den haben wir schon mal kaputt gemacht. Ja. Ich weiß, aber das ist für Level 39. Ja. Außerdem ist es der angepisste König. Der keinen Bock mehr auf uns hat. Ja. Hilfe. Spirerattack. The very best. Jetzt ist der Tod. Jetzt ist der Tod. Jetzt ist der Tod und bang. Ah, das war meiner. 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 Natürlich meiner. Werden wir ja sehen. Ich hab ihn aufgespießt, Mann. ich auch mit meinen eiszapfen und ich mit meinen schwertern wie ich das war ich war das ab wir den nicht schon mal irgendwie im netz angekommen ich hab schon aber wir müssen mit dem tritt töten egal wie man es eh noch in 50 punkt das heißt er trägt 46 aber in was gab gekocht stimmt die müssen wir doch holen wir wollen wo ist die maske alles gar nicht haben wir schon aufgesammelt nein irgendwie nicht aber her wie doch abgemacht nein ich habe schon ss a bs 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 nee b a s nee was was egal ich weiß was du meinst vier und diese große enne Welt 1 ab ist das nicht wie so hoch so ein kleiner dritt und wer das machen wir ihn auch abzuziehen wir haben uns das war will der fettentwickler und erzwingen dort kunten in der übrigen im empfehlen wenn wir ihn wie sonst werden bottomach er hat macht den ihr braucht die AP da ist noch ein Gat für mich toll ist es zu spät wo ist ein Gat für mich? ach so, das habe ich schon längst geholt was für ne magisches Puder, ok ich geh zurück hä, was, warum hab ich nicht für sauergeschwarzen, hab ich eine Mosche ja, ich weiß, wir haben die abgebrochen aber irgendwie konnte ich mich nicht aufheben komisch ich hab also wieder aufgesetzt glaub ich eher kaum ja, so wahrscheinlich, ne so, Quest abgeben oh fuck, ich muss ja lieben ja 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 du kannst ja fünkt, ich komm zur Stadt zurück, oh my god gewinn, ich bin schon da, gewinn, die Gnolle sind keine Gefahr mehr waa ich fühle mich schlecht für die Gnolle sie hat ein Pech gefangen, zwischen Menschen und vor Mori zu sein so ist es am besten, der Rest der Gnolle wird hoffentlich intelligenter sein und es vermeiden, involviert zu werden intelligenter? nein, die drehen dann Porno mhm 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 ok ähm ähm spezielle Lieferung von Iceland und was kriegen die? gutes Zeug ähm gekühlte Erdbeerbrandy ich liebe es, da jetzt und dann, dann schoss es an ein Glas, eine Ware, Klinge schluckt die ganze Flasche in einem Zug herunter das hier ist ein Beispiel sein, denn es ist die ganze Flasche schluss äh h h Story abgeschlossen, die Jagd, yes so und wir haben ein neues Quest im Gastraum und ich hab auch einen Kriegkraft, wuhu Takao, auch geschlossen, ob sie da geht, weil ich wollte, je jaja mhm 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 der ist hier übertrunken, pssch, nur eine Flasche oder Schäden, ich kann mit umgehen nützt h seit die Karte analysiert aha ah ja, die Tief gibt uns nur so einen Ausdauertrank, den sie von einem Typen bekommen hat, der keine Miete zahlen konnte und jetzt sollen wir zurück zum Soldaten auspassen nichts Interessantes ja, ich weiß wir haben gefühlt ein Erdbeer-Brandy bekommen ja, ich weiß aber jetzt bringt auch den Scheiß weg ausdauertrank ah, Diane, von heute an wirst du Befehle von Gwyn annehmen ah, nein, ich will nicht Gwyn ist scheiße sie ist jetzt der Kommandant, deine Mutter ist ein Kommandant aber denk dann, dass dies nur temporär ist, ja aber hallo ist das nur temporär ja okay, wir sind jetzt kurzzeitig die Wien unterstellt und die gibt uns das wahrscheinlich irgendeine Quest, in der wir eben noch füllen müssen ähm aber ich lese mir das jetzt nicht alles durch, ich lese grad Patrouille der Team, ey wie geil, wir haben neuen Dungeon äh, neues neues Land glaube ich danke äh, Missionen können ja für mich, ich bin sicher im Endeffekt bevor steht hey ja ich glaube wir haben neuen Dungeon äh, also neues Gebiet ja, wir müssen jetzt patrouillieren die ja, können wir auch nicht Level 42 ja, die, die, die Menschen kennen wir noch, weißt du, dass die, die eine Eisfehle da pur pur, ne ja, stimmt, stimmt, stimmt da wo die wuscheln wuscheln sind ja genau, die wuschel wuscheln 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 Wir machen jetzt noch den Fliehen Gold, Neu King Kramer. Ja, und dann machen wir Goliath und dann sehen wir uns, wenn es weitergeht. Ja. Bis dann. Obwohl, Goliath könnten wir auch mal zeigen, aber egal. Das entscheiden wir dann. Ja. Tschüss.